Ihr Hund muss einen Halstrichter tragen? Das passt ihm gar nicht. Er wehrt sich, beschädigt dabei die Möbel oder randaliert sogar? Es gibt Menschen, die nicht allein Mitgefühl, sondern sogar eine hundefreundlichere Lösung entwickelt haben. Die Firma Provisor Australia hat gleich zwei neue Masken erfunden. Eine davon ist der Optivizer Augenschutz. Er ist ideal zum Schutz verletzter oder operierter Augen. Bei UV- und Lichtempfindlichkeit oder präventiv bei riskanten Einsätzen wie bei Polizei oder Suchhunden. Der Hund hat die volle Sicht und nur ein geringes Gewicht auf dem Kopf zu tragen. Denn der Optivizer ist aus leichtem, flexiblem und klarem PVC hergestellt und legt sich wie ein Visier vor das Gesicht. Ihr Hund wird nicht mehr durch den wackeligen, viel zu großen und ungewohnten Kopfschutz belästigt. Denn der Abstandhalter auf der Stirn sorgt für einen korrekten Abstand zu den Augen. Und überhitzte Ohren mit der Gefahr von Milbenbildung sind auch passé. Die Ohren bleiben außerhalb des Optivizers und auch das festigt den Sitz. Aber damit nicht genug. Hund ist nicht gleich Hund. Deshalb gibt es den Optivizer in drei verschiedenen Basisausführungen. Für Hunde mit normaler Schnauze, mit langer Schnauze und für Hunde mit kurzer Schnauze. Eben ganz nach seinem Schnäuzchen. Der Optivizer für langschnauzige Hunde hat zwar das gleiche Grunddesign wie der für normalschnauzige Tiere. Jedoch ist er schmaler und länger. Ebenso wie der Kopf auch. Für Hunde mit langen Hälsen, wie Galgo oder Greyhound, ist der Optivizer übrigens besonders geeignet, weil die Maske nicht den Hals hinabrutschen kann, sondern auch hier schön fest sitzt. Der Optivizer für Hunde mit kurzer Schnauze unterscheidet sich im Design. Da diese Rassen meist keinen oder einen sehr kurzen Nasenrücken haben, ähnelt er eher einem Pilotenvisier. Die Ausbuchtung über der Nase hat eine kleine Brücke, die auf dem Nasenrücken aufsitzt oder bei Hunden ohne Nasenrücken auch einfach abgeschnitten werden kann. Und nun noch etwas ganz Besonderes. Der Optivizer kann Hunden mit Augenkrankheiten oder Lichtempfindlichkeit zu einer ganz neuen Freiheit verhelfen. Wenn Ihr Hund deswegen bisher nicht raus durfte, so kann er nun den getönten Optivizer tragen. Diese Tönung schützt zu 92% vor UV-Strahlen, womit die höchste Schutzstufe erreicht ist. Dennoch ist die Maske recht hell. Der Schattierungsfaktor beträgt 32%. Die getönte Maske für Hunde mit normaler und langer Schnauze ist zusätzlich mit einem UV-Schattierungsnetz ausgestattet, welches die Augen vor hellem Licht schützt. Damit ist eine maximale Abschirmung vor Licht- und UV-Strahlung erreicht. Das Netz ist jederzeit abnehmbar. Den Optivizer gibt es je nach Modell in bis zu sieben verschiedenen Größen, die durch die jeweilige Farbe des Abstandhalters erkennbar sind. Und egal, welche Größe Ihr Hund hat, der Optivizer ist zusätzlich anpassbar, so zum Beispiel mit dem flexiblen Klettverschluss, der an jeden Hals passt. Den Optivizer bekommt Hund beim Tierarzt oder in unserem Online-Shop. Bleibt uns nur noch, Ihrem Liebling gute Besserung zu wünschen.